Unser persönliches Teil aus dem heiligen Jahr war unser Matura-Ball. Monate lang haben wir auf unseren großen Tag hingearbeitet und am 22. Oktober war es dann endlich soweit. Wir Maturantinnen und Maturanten haben unseren Ball der Bälle eröffnet. Und nach der viel beklatschten Eröffnung tanzen wir gemeinsam mit zahlreichen Besuchern durch unsere unvergessliche Baldnacht. Getreu dem Motto Hollywood den Abgang mit Film ist, genossen wir dann den Abend in Scheibenwerferlicht. Fast ohne Ermüdung bis in die frühen Morgenstunden. Fast ohne Ermüdung bis in die frühen Morgenstunden.